Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life 2. Weiter geht's. So, du bist Geschichte, mein Freund. Das ist auf jeden Fall eine große Mauer hier. Ich denke mal, er wird gleich die Daten laden. Lass mich durch. Auf jeden Fall folgen uns unsere Ameisen-Soldaten, unsere Ameisen-Löwen-Soldaten nicht mehr. Das heißt, sie sind jetzt wieder auf uns allein gestellt. Aber ich frage mich immer noch, wo die anderen beiden jetzt sind. Die konnten wir ja nun gar nicht befreien. Oh oh. Was? Ach du Scheiße. Oh, ach du Scheiße. Das wird ja alles zerpestiert. Okay, okay, lauf, 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 lauf. Lauf doch! Was ist hier durch? Nein! Ich glaube, es geht drauf. Oder? Wer geht jetzt wieder zurück? Was? Ich bin tot. Okay. Komm ich da durch? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Jetzt finde ich den Weg auf jeden Fall nicht. Aber das ist hier echt stockduster. Ach klar, bin ich gescheuert. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das habe ich nicht gleich gefunden. Okay. Was ist denn das hier? Muss ich hier runter? Nein. Und natürlich Daten laden. Das habe ich auch gewusst, dass das jetzt passiert. Ja, komm, komm, zack, zack, zack. Mach schnell. Mach schnell. Ja, okay. Verflechtung. Wir sind im Thema Verflechtung. Okay, oder Kapitel Verflechtung sind wir jetzt angekommen. Dann wollen wir uns mal ein bisschen verflechten. Boah. Okay, das ist alles Combine-Zeug hier. So, gehe ich jetzt da rein oder da rein? Ich höre doch hier irgendwas lang schlabbern. Gut, hat sich erledigt. Da wären wir auch noch lang gekommen. Es ist echt dusch. Der ist richtig... Da ist sie doch! Hey! Wie der G-Man taucht sie auf. Das war doch Alex gerade. Alex! Hat Alex die... Aha! Was ist das? Das magische Auge? Sieht so ein bisschen wie Terminator hier. Oh! Blöde Kuh. Muss erzählen. Wird nicht einfach sein, ihn da rauszuholen. Das schaffen wir schon. Lass uns gehen. Ja, das schaffen wir. Hier ist immer noch kalt. Wieso konnte sie das Ding öffnen? Bist du eine Combine? Warte mal, Schätzchen. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen rum. Du kannst auch mal ein bisschen kämpfen dann jetzt. Was ist das? Flässt... Okay. Achso, ja, ja, ja. Ich komm, ich komm. Na dann, gib mal Schub hier. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu werde ein Botegond gefangen und liefere uns so Informationen, aber wir kennen uns dort nicht aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Oh Mann, wie geil. Achtung. Achtung, das ist nicht gut. Das hab ich gemacht. Gesehen, so macht man das. Oh, da ist noch einer. Okay, jetzt wollte ich grad ein bisschen angeben. Hat nicht geklappt. Schade, dass mir meine Viecher jetzt nicht mehr folgen. Hab ich den Ball noch? Den Ball hab ich auch noch. Den Quetschball. Der Stimulationsball auch genannt. Könnte ich ihr eigentlich schenken, ne? Ich hab ja in irgendeiner Folge, hab ich ihr ja den Dildo entwendet. Gibt sie jetzt bestimmt schon vermisst, kriegt sie den Ball von mir. Die hat auch ganz viele süße kleine Tentakeln dran. Die auch umherschlammeln. Oh Mann. Was ist das? Achso, so eine Kapseln. Erzähl. Oh mein Gott. Die armen Leute. Da ist er. Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Das kann ich leider nicht mehr. Geht nicht kaputt. Da. Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Ja, also, ja, ja. Ja, lauf vor. So, mal auf die Hütte. Ach, die hat so ein kleines, komisches... Spielzeug dabei. Ja, geschafft. Mir nach. Okay, ich höre schon die nächsten Kombinen rumlaufen. So, mach mal. Zeig mal, was du kannst. Ja, gut. Wozu brauchst du mich eigentlich, Mäuschen? Ah, für später. Okay. Ich hab dich verstanden. War das mal eine Schwungliche? Oh, was war... Oha. Was? Oh nein, muss ich aufpassen auf die Alte? Oh, okay. Ich hab gedacht, die schafft das alleine. Äh, scheinbar nicht so. Tut mir leid, tut mir leid. Das hab ich nicht gewusst. Ich bin hier voll im Blindflug. Jetzt kriegen wir einmal noch mal Wackelpudding. Serviert hier. Aber wir kennen uns da nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Gut, dann muss ich jetzt wirklich auf die Maus aufpassen. Nix kannst du, Tussi. Nix kannst du. Ach, da ist noch einer. Aber sie braucht nur einen One-Hit, ne? Aber sie kriegt dann auch einen One-Hit und ist kaputt. So, mach schnell. Hier war ja nix weiter. Bäh, das ist ja mies. Das ist ja wirklich mies. Also sollten wir hier wieder öfter speichern. Was für eine Waffe nehme ich denn jetzt am dümmsten? Was mit richtig fetter Durchschlagskraft? Aber dann werden wir erstmal nur die. Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Wie gesagt, Mäuschen. Dabei ist bei mir zu spät. Ich kann ihn nicht mehr reinholen. So, nun komm. Da. Er ist unterwegs. Auch zum Treffpunkt. Okay, ich speichere lieber nochmal ab jetzt. Falls wir jetzt versagen, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Jetzt braucht man echten Fahnenkreuz. Zeigt euch. Renn doch nicht vor. Lass mich vorrennen. Lass mich doch vorrennen. Alter, wie geht das denn? Boah, das ist ja richtig zum Kotzen. Jetzt ist ja richtig zum Kotzen. So, machen wir das jetzt. Komm her. Ich mach euch so kaputt. Da hab ich die alte abgeknallt. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Alter, ist das mies. Oh, das kotzt mich ja jetzt schon tierisch an. Okay, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. So, die hau ich jetzt weg damit. So, geschafft. Schnell speichern. Oh. Alter, lass mich doch mal Luft holen. Lass mich Luft holen. Lass mich Luft holen. Er sollte da drin sein. Ja, wir gucken uns erst mal um. Ich brauch... Oh, HP. Help. Alter Schwede. Da ist er. Du brauchst irgendwie ne Rüstung oder sowas. Wo ist er? Na gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Und jetzt? Ich trau der ganzen Sache hier nicht. Ach, hallo. Hallo, Onkel Doc. Ja, die. Dad, alles okay? Mir geht's gut, aber ihr... Ihr müsst hier verschwinden. Wir holen dich hier raus, Dad. Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Geil. Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Okay. Wenn nicht... Sind wir tot. Schlimmer kann es wohl kaum kommen. Das ist zu riskant, Alex. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Niemals. Ende. Wer kann da schon widersprechen? Keine Sorge, Dad. Wir finden sie. Dad. Jetzt stecke ich dich erstmal zur Teleporter-Kammer. Na denn, ab dafür. Das ist kein Leibwohl, Dad. Dad. Wir treffen uns dort. Dad. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja. Tschüss. Hallo. Hallo. Mach's gut. Was passiert eigentlich, wenn man pinkeln muss? Lässt man einfach laufen? Fui. So. Aber pass auf. Hier ist auf jeden Fall. Sind jetzt hier gleich wieder welche? Ja gut. Hier drüben. Schnell, schnell, schnell. Speichern. Sicher, sicher. Ich will zur Sicherheitsstation zurück. und versuche über dein Funkgerät mitzuhören. Warte, bis du mich hörst. Okay. Alles klar. Danke. Jo. Hau rin. Das war ein mieser Part. Oh Gott. Dich hab ich gesehen. Dich hab ich gesehen. Oh, da ist ja noch eine. Na komm. Komm. Hast du abgehauen? Klar. Hey, ich will da rein. Toll. Ich war doch eben noch so ein Vieh eigentlich, ne? So. Wen soll ich jetzt holen? Dr. Mossman? Ach, da ist sie. Ah, ich bin immer noch im Gefängnis. Hallo? Schön. Mach auf. Mal sehen, ob ich das Ton nicht in sie ausbekomme. Na klar. Okay, geschafft. So, jetzt sollten doch hier wieder meine... ...Ameisenlöwen rumlaufen. Und wir holen uns erstmal eine Coke. Besser ist das. Ach, die ist ja überall jetzt. Wie unheimlich. Ist das Munition da noch? Ne, das nüscht. Es ist viel zu still. Es ist viel zu still hier. Und ich höre in der Ferne schon hier irgendwelche Geräusche. Wie sie... Verdammt, es klemmt. Oh, ne. Ich hab Medi. Geh zurück ins Büro. Das ist nicht gesund. Den Pläne macht, sollte hinter den Regalen an den Luftschacht sein. Ah. Toll, ich muss wieder durch Regale krabbeln. Och, nö. Komm ich da jetzt... Alter, das gibt's doch gar nicht. Kannst du auch mit der Physik übertreiben. Oh! Oh! Fuck! Alter, mieses. Blödes. Missviech. Was sieht so nach Datenladen aus? Oh! Vorsicht, Gordon. Da sind ziemlich viele Kombin-Sensoren in dem Gebiet vor uns. Kombin? Ach, du Scheiße. So, jetzt habt ihr Spaß, Jungs. Jetzt habt ihr Spaß. So, was war hier? Hier war nichts. Ich hab nichts gesehen. Sind die alle tot jetzt? Da vorne haben wir wieder automatische Waffen. Okay. Und runter. Ich kümmere mich um das Tor. Sekunde. Will ich gar nicht. Okay, das ist auf. Was war hier hinten jetzt noch? Hier muss ich auch noch irgendwie reinkommen, oder? Hä? Was ist noch eine Tür? So, ich probier mal was, ob ich die kaputt krieg. Keine Ahnung, ich geh den normalen Weg. Vielleicht komm ich da... Ah, da muss ich da irgendwie hinkommen. Vielleicht komm ich da nachher hin. Alter, das ist ja richtig gruselig hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, schau auf den Bildschirm. Ja? Nein! Ach, die sind jetzt auf der Seite. Oh, fuck. Okay, ich brauch ein bisschen Licht. Ich brauch ein bisschen Licht. Oh, ich seh hier gar nichts. Oh, ich seh hier gar nichts. Ich seh hier gar nichts. Ich seh hier gar nichts. Scheiße, scheiße. Alter. Ich seh hier nichts. Nein, ich nirg nachladen. Ich nirg nachladen. Ich nirg nachladen. Oh. Oh. Nein. Alter, ist da noch eine? Oh, fuck. Ach, da ist er. Hast du dich wegsend selber gesprengt, du Idiot? Ja, hat er. Trott. Okay, ich brauch auf jeden Fall ein bisschen Energie, ein bisschen Zeug. So, und du? Löde Kuh. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. Schon wieder keine Energie. Aber Munition. Granaten. Super. Schon wieder eingehört. Oder? Äh, äh, die müssen wir erst mal wegmachen. Und? Hab die noch mal reingefeuert in den Leichnam hier. Wunderbar. So, und weil's so spannend ist, machen wir an der Stelle natürlich erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Und sehen uns in der nächsten Folge. Das Feuer, Madin. Tschüss. Tschüss.